Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022 wurde noch nicht gezahlt. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Menschen versicherte Fragen in den letzten Tagen an. Ich habe die Rentenerhöhung ab dem 1. Juli 2022 noch nicht erhalten. Hat mich meine Rentenversicherung möglicherweise vergessen? Warum ist das Geld noch nicht auf meinem Konto? Wo ist der neue Rentenbescheid? Alles viele Fragen zum Thema Rentenanpassung 2022. Ich würde sagen, erst einmal Ruhe bewahren und keine Panik schieben. Die Rentenerhöhung 2022 bedeutet nämlich nicht, dass Sie automatisch auch zum 1. Juli die höhere Rente auf dem Konto haben, denn Ihre monatliche Rente bekommen Sie im Normalfall nachschüssig gezahlt, also sprich am Ende des Monats Juli 2022. Das ist immer für die Leute ganz wichtig, deren Rente nach dem 1.04.2004 begonnen hat. Nachschüssige Zahlung. Die meisten Versicherten erhalten dann sozusagen am letzten Bankarbeitstag im Monat Juli dann die Rente inklusive des Rentenerhöhungsbetrages. Das sehen Sie dann auch, dass die monatliche Rente höher sein müsste als der Rentenzahlbetrag im Monat Juni 2022. Es wird Ihnen also der tatsächliche Rentenerhöhungsbetrag nicht auch schon am 1.07.2022 ausgezahlt. Die Rentenanpassungsbescheide, die werden aller Voraussicht nach bis in die letzte Woche des Julis 2022 versandt. So ist meine Erfahrung. Das läuft bei den bestehenden Renten über den Postrentenservice und dieser Postrentenservice, der druckt ganz, ganz fleißig die Rentenanpassungsbescheide aus und versendet die auch an die entsprechenden Versicherten. Wenn Sie den Rentenanpassungsbescheid bis Ende Juli oder bis Mitte August noch nicht haben, aber schon die höhere Rente auf Ihrem Konto sein sollte, das sehen Sie ja dann, wenn die Rentenzahlbeträge sich unterscheiden, dann einfach mal bei der Rentenversicherung anrufen und fragen, wo denn der Anpassungsbescheid bleibt, damit Sie vergleichen können, ob die Rentenanpassung tatsächlich auch korrekt erfolgt ist. Ansonsten, wenn Sie komplett vergessen worden sein sollten, was eher die Ausnahme ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie Ende Juli, Mitte August, Ende August bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Ihrem Rentenversicherungsträger anrufen und nachfragen, wo ist mein Rentenanpassungsbescheid, wo ist meine höhere Rente, was gibt es für einen Grund, dass ich meine Rente nicht bekomme, also meine höhere Rente nicht bekomme. Denn nur in ganz wenigen Ausnahmefällen bei der sogenannten Aussparung erhalten Versicherte keine Rentenerhöhung. Dies ist aber wirklich eine sehr seltene Ausnahme. Die meisten der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen die Rentenerhöhung 2022 auf ihr Konto überwiesen. Daher also nochmal keinen Grund zur Panik. Die Deutsche Rentenversicherung arbeitet auf Hochtouren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.